In dieser Situation, in der wir gerade sind, geopolitisch, hohe Inflation, die Weltlage insgesamt, Corona, gibt es fast keine spannenderen Gesprächspartner als Joachim Nagel. Insofern freue ich mich darauf, nachher ihn mit Fragen zu löchern. Wir werden ein bisschen persönlich aussprechen und vor allen Dingen, weil es, glaube ich, zwischendurch auch mal hitzig werden kann. Im Livestream kann man ja, das darf man den Leuten, die hier vor Ort sind, eigentlich nicht sagen, aber im Livestream sieht man natürlich in der Kamera auch die Gesichtsreaktion, das erschrockene Gesicht von Joachim Nagel, wenn er eine Frage bekommt, mit der er nicht gerechnet hat. Und das Tolle ist natürlich, man kann diese ganze Diskussion einfach verfolgen. Und das will ich nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, es wird sehr, sehr spannend. Und das ist natürlich, wenn ich nicht zu viel versprechen, wenn ich nicht zu viel versprechen,